Und nicht auf. Ding. Oh, 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 man, hier denkt das halt mehr Seiten. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Ah, das geht schon wieder so los. Super. Und wieder. Und wieder. Scheiße. Und wieder haben wir gestorben. Echt, der muss jetzt schon lange dort sein. Der Kack. Oh, jetzt können wir die Scheiße wieder. Stimmt. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Kip, schon. Huh. Oof. Oh, Schuss. Geh mir schon bitte. Bitte, 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 danke. Ah, jetzt kommt der Scheiß an, bestimmt, ja. Das hab ich auf jeden Fall vergessen. Oh, das schaffe ich wieder nicht. Ah, der Scheiß. Der... Ah. Ah. Oh, aber das ist die Räger. Ah, f***. Das hab ich mit dem Räger in die Kappe. So, ich hab ihn nicht gesehen. Also, das ist mit dem Ranger in die Kappe. Ah, f***. Scheisse! Mensch, die scheisse Pfeile! Awww! Komm schon! Komm schon! Ja klar! Pfeile! Ja! Das gibt's doch nicht! Das gibt's doch nicht! Schützbröt! Aua! Ich kann das schocken! Ich kann das nicht schocken! Gott sei Dank! Kein einziges Leben mehr! Super! Das ist wieder typisch! Ich kann das nicht ausprobieren! Ich muss das nicht schocken! Ich kann das nicht schocken! Ich kann das nicht schocken! Ich kann das nicht schocken! Oh, eine Fünftlinge, ja Gott sei Dank, ich habe schon gewohnt, Herr Oli, das war jetzt ein bisschen wenig, gell. Oh, Floor 4, oh. Ja, ein bisschen was am Ende da. Das sieht schön aus. Okay, da ist gleich die Postdür. Ich habe da gleich irgendwie 4. Jetzt aus. Oh, die Vergröder haben wir 580. Ich traue nicht, wie viel ich habe. Das ist irgendwie nicht so. Oh, interessant. Hier braucht man einen goldenen Schlüssel, dass wir zu dem Typen reinkommen. Extra Knife. Flanks. Okay. Gibt es da noch je? Schädel braucht man auch. Ich denke. War klar. Und weiter geht die Scheiße hier. Kann es nicht sein, dass die mal weggetan? Nein. Bitteschön. Die haben wir jetzt gerade schon genug aufgeregt. So kannst du es ja wenigstens ein bisschen händeln oder anders. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Oh nein. Ups. Bitteschön. Ich habe. Los, was ist jetzt. Ich habe nicht den Hinweis, wenn wir da. Du hast doch noch nicht. Du hast den Film. Und du hast ja nichts. Du hast ja auch andere Musik. Du hast ja... Du hast ja auch andere Musik. … Du hast ja auch gut gemacht. Du hast ja auch bubblegut. Das ist ja super. Hallo? Da greift er nicht an. Oder die Rüstung kann natürlich auch sein. Keine Ahnung. Ich sollte mir da nicht bitte hinkommen. Hm. Okay, dann kann man nicht aufhören. Da kann man nicht aufhören, okay. Okay. Aber da kann man... Okay, da bleibt mir jetzt über den Schlüssel. Was? Oh! 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 Ich muss jetzt ein bisschen besser aufpassen. Ich weiß, dass ich wieder so leicht fertig kriege. Wenn ich nicht aufpasse. Komm schon. Ja, das geht da. Ich muss noch ein Gutschlüssel, dass ich mir da schon... Oh! Gutschlüssel! Gutschlüssel! Huch! Was ist denn da jetzt los? Äh... Hallo? Das ist einfach so cool! Noch mal. Okay, das kann ich vor allem... Ja, ich mache die Vorur. ... ich mache das. Bist du auch. Nies. Ja, es ist eine andere Zoll. Ok, hier war Rüstung, hier wird einfach mehrere aus, wow, Teilzeugten ist aus, Teilzeugten ist nichts aus, gell? Ganz interessant, woi. Hallo? Puh, da wird er schon wieder. Ah. Oh, ich wusste ja, wo wir ein bisschen mehr kommen. Oder nicht? Ja, schon kommen wir zu Tuyama, der so Chiffies packt. Ich komme nämlich zur Führung, gell? Yeah. Wann schon wieder Mana dazu? Oder? Schon. Ich glaube schon, dass es Mana war. Sollen wir jetzt nicht sehen. Warum Zicky? Hier. Hallo? Äh, genau, aber glaube ich kann Silke aus Colin von der Mitte. Glaube ich. Hallo? Die Handschuhe. Ganz schön. Zache irgendwie. Ja. 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 Oder, da? Da. Ja. Wie ist in der Schatzkammer? Oder? Betrogen bin ich hier ein bisschen her, oder? Ich weiß nicht, was sehe ich nicht. Soll ich so. So, schon wieder was anderes neu ist. Ah, das ist er. Aha. Interessant. Nur Schütze. So. Der wird nicht mehr raus. Okay. Der wird auch gut schon noch. Ach, Checkpoint. So. Wado, glaube ich, eine Schlüsseltür. Schlüssel? Ja genau. Die kann ich noch nicht. So, jetzt haben wir 120 Mana, aber bloß 70 Lehm. Schauen wir mal in die andere Richtung. Wo ist denn da schon drin? Ach, wie interessant. Huch, da ist schon wieder so ein Teil. Wies du denn? Ach Scheiße, was du denn? Fuck, fuck. Uh, oh, oh. Uh. 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 Uh, uh, uh. Uh... Uh, uh. Uh. Ich glaube schon. Ah, Julien, ich habe 5,11. Also da sind wir 80. Also da muss ich noch eine gehen, ok. Da braucht man schon wieder einen roten Schulter. Neige Doktor. Da kann ich schon. Let's kill. Boah. Oh. Oh. Weiß nicht warum ich mir so viele Dinge mache. Den 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 den. Das ist unwichtig. Vielleicht nehme ich denn meine private Dinge auf. Ich hoffe, die Frames sieht gut aus. Auch noch mal läuft. Jawoll. Das sieht gut aus. Wir wollen halt was zur Zeit noch ein bisschen los. Aber läuft. So. So. Oder nur. Manni immer. Oh Mann. Der ist extrem gut aus. Nein. Doch. Die stehen fürrus shop machen. Aber die sindarbeiten. Oh ne. Wir sind hier Spacion. Ja, wir sind ein물. chi. W kindly段 hier aufzubauen. Was ist sauerlich tot nicht? Okay, also von der Seite, dann kommen wir auf alle Fälle da noch um, wieder. Okay. So, entscheiden wir das nicht bis zum nächsten dritten noch später. Dann schauen wir weiter. Ich muss mich die anderen Seite einhalten. Spätestens im Herbst. Nein, es ist 8. Bei mir erst 12 Stunden, 20 Minuten. Scheiße. Okay, das lag jetzt mal der letzte Überstraßler. Gut, das machen wir ab. So, dann klicken wir das alle hin da auf. Jetzt denkt er, geht es zur Tür oder so. Okay. Okay. Okay.